Alter, Leute, Leute, ich hab übelste Scheiße gebaut, aber ich hab den Typen jetzt, ich hab'n jetzt! Alter, komm her, du Wichser! Du Wichser, wenn du meinen Atari klauen wolltest! Jo, und des Weiteren, ähm... Ich weiß nicht, ob ihr noch VHS-Kassetten kennt. Jedenfalls hab' ich noch eine bei mir rumliegen. Und ich verwende auch noch dieses alte Nokia bei mir. Diese Smartphones einfach, find' ich doof, mit dem Touch hier irgendwie... Jo, also ich werd' jetzt auf jeden Fall noch zu meiner Oma gehen, was essen. Ich weiß nicht, was ihr macht. Schreibt's in die Kommentare!